Also ich war sehr zufrieden. Dankeschön für alles, für die Schulung, auch für Frau Zack. Dankeschön. Und das Ergebnis? Sind Sie zufrieden? Perfekt, perfekt. Ich bin jetzt schon ganz glücklich. Super. Also ich bin auch total begeistert, weil man schon während der Behandlung wirklich sehen kann, dass sich die Falten oder die Haut zusammenzieht an den behandelten Stellen. Und natürlich das Endergebnis spricht mehr als für sich. Wer die Vorherbilder gesehen hat, der weiß auf jeden Fall, wovon ich rede. Super. Und wie ist die Handhabung vom Gerät? Handhabung vom Gerät fand ich super einfach. Anders als erwartet von der Haptik viel angenehmer, als jetzt man sich das vielleicht vorstellen würde. Ganz leicht von der Bedienung her und vom Gewicht her auch optimal. Und wie ist die Handhabung vom Gerät? Und wie ist die Handhabung vom Gerät? Und wie ist die Handhabung vom Gerät? Und weil sie selbst noch Untertitel , Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020